Los geht's, noch schnell den Monster-Stunt ausführen. Ich ficke ihn, ey, ich ficke ihn, ganz ehrlich. Los, 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 los. Und, yes! Oh, es war kein Monster-Stunt, schade. Na gut, dann halt nicht, können wir ein Flugzeug kriegen? Ich würde gerne in ein Flugzeug einsteigen. Und dann geht's zu Dingsda, Demetri. Ich dachte, dieses Bild sieht aus, als steckt der Cousin ein bisschen... Oh, wow. Scheiße. Das ist auch gar nicht laut, oder so. Nee, 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 alles gut, Kinder. Ich konnte hier doch gerade noch einsteigen. Warum habe ich vier Sterne? What the... Willst du mich verarschen? That was not my intention. Komm schon. Ich wollte nur Monsters dann machen. I'm just a normal man from the streets. Danke, so. Flughafen ist also tabu, ich hab's mir gemerkt. Und Taxi. Please. Taxi, please. Wenn jemand Gepäckte hat, könnt ihr mir geben. Ich bin Gepäckmann Balik, Alter. Bam. Die Schranke war im Weg. Sorry, das ist ein Taxi, oder? Ja. 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 Tu das Handy weg, Junge. Handy am Steuer? Was soll los? Okay, das zweite war ein Taxi, aber trotzdem. Warte, warte. Los. Hey, mein Name ist Nico Berle... Und ich bin ein fucking Idiot. Ich bin ein fucking Idiot, ey. Scheiße. Aber hinter mir war noch ein Taxi, ich weiß es. Ja. Da waren noch Millionen Taxis, ey. Zwei. In Klammern. Fußnote 1. Egal. Alles klar. Ganz ehrlich, es ist schon wieder eine Stunde oder eineinhalb Stunden rum, oder so, ey. Ich ficke dieses Game, ganz ehrlich. Und man kann nochmal über Stacheldrahtzaun springen, Mr. Balik, ey. Zu fein, die junge Dame, oder was? So, an die Mission, Wunder, Wunder, erinnere ich mich auch. Oh, I exactly know what happened here. Where are you, Mr. Balik? I'm bored. Time to chase the dragon. Ha! What a nassfucker you are. If you want to walk out of here, Slav, you're going to have to think about how you will pay your debt. A friend of mine, Dmitri Raskolov, he would pay a lot of money for your cousin. I'll get you the money. Just not that way. I think we should let some Americans join the gang. Oh, yes. Is it alive great? Triple kill, bitches. Triple. Fucking. Kill. Genau, ihr werdet bezahlen. Der einzige, der nicht bezahlt ist, Romain, aber der darf das. Weil er ein Idiot ist. So, komm, sterb. Danke. Wir können durch, Pfeiler durchschießen. Scheiße. Schade, ich dachte, das Feuer hat fast explodiert. Wäre ja logisch, weil es ist feuerempfindlich und... Aber nein. Wieso auch? Ficke die Logik in diesem Spiel. Genau, Mann. Wir sind immer noch Cousins, gezwungenermaßen. Kannst ja schlecht was gegen machen. Ja, this is the part where you shut the fuck up, bitches. Ja, come on. What you gonna do, bitch, eh? Komm, wir rennen mal kurz hoch. Jetzt hör doch mal auf, dich so zu hocken, Junge. Ich glaub, wir sind ganz erfolgreich. So, number one, number two. Ich glaub, da ist er nicht, ne? Dann fahr ich dick auf. Yes. Ja, ich glaub, wir haben uns nur ein bisschen selber getroffen. Aber egal. Ich bin was? Was willst du denn? Alter Schwuchtel, ey. Genau, was denkt der eigentlich? Oh. Ups. Ach, da ist... Ah, ja. Ich weiß nicht, warum er das nicht gleich sagt. I having a wonderful day. Thank you very much, sir. I appreciate that. Oh, ja. Scheiße, da geht Rage-Mut, Digger. Digger, ich schieße deine Hand ab. Ich werde deine Hand abschießen und dann essen. Oder so. We'll get you, bitch. We'll get you all, bitches. Alter, noch einer, ehrlich? Damn you. Headshot. Headshot, immer noch. Headshot, Trademark. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab's doch gesehen aus dem Augenwinkel. Scheiße. Ich hab's gesehen. Fuck. Okay, nochmal. Ja, ich will den Clip gar nicht speichern. Ich bin, ob du's glaubst oder nicht, nicht so scharf drauf zu sehen, wie ich abkratze. Ah, scheiße. Weißt du, ich seh's halt. Ach, Mann, das ist so ärgerlich. Hoppla, aber ich weiß, ich muss diese Dinger jetzt gleich... Ach, ich starte hier. Danke. Weißt du, das ist mal sehr nett vom Spiel. Das muss ich jetzt mal sagen. So. Wir sind gesund und... Ach so. Hätt's gleich eine Waffe gegeben. Okay. So, ja, wir wissen, was passiert. Okay. Und los. Ah, pardon. Triple kill. Triple fucking kill. Oh, es ist jedes Mal so gut wie geil. Every time it's the best you can do. So. Let's do it big. Bam. Two. Und three. Komm. Ah. War dick. Äh. Ach so, ja, mit Q. Danke. So, nächster. Roman Bellic fährt dick auf, ihr Schweine. Genau, das war's für dich. Ich glaub, ist es doch ein bisschen Hardcore, was ich hier mach. Also, los geht's. Weil bis hier haben wir ja eigentlich alles geschafft, schon vorher. Ich glaub, die denken, die sind echt geil. Sind sie aber nicht. Shit. Hab ich die Flasche schon kaputt gemacht oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich probier's einfach nochmal im Notfall. Nochmal. Ähm, ich glaube, ich hab sie schon kaputt gemacht. Genau. Man hat auf seine Frau zu achten, der Bellic. Was? Oder so ähnlich. So, was ganz geil wäre, wenn du stirbst. Das Witzige ist, eigentlich hätte ich ihn schon längst killen können. Also, ich weiß nicht. Vielleicht hatten sie ja die Anweisung, ihn wirklich nicht zu töten. Und versuchen einfach, Nico zu, äh, zu, ne? Wäre zwar trotzdem dämlich, aber egal. So, dein Fass ist Geschichte. Oh, scheiße. A man is to do what a man is to do. That's the word, man. That's the word. Okay. Ach, scheiße. Ich wollte diese Flaschen gleich entsorgen. Hat nicht funktioniert. Oh, come on. Fuck you, bitch. Share what you want, ey. My name is Nico, motherfucking Bellic. Danke. Und nein. Das war nicht geplant. Ich meine, ich kann die, kann die Flaschen die ganze Zeit nicht abschießen, aber auf einmal geht's, klar. Hm, logisch. Macht Sinn. Sinn ist mein zweiter Vorname, oder was? Ivan the Terrible, natürlich. Ja, Nico, Nico ist am Start, keine Sorge. Autsch. So, du backst da fest, aber es ist okay. Du bist da gespawnt, aber gut. Und haben wir es jetzt endlich geschafft? Natürlich nicht. Warum frage ich auch so blöd eigentlich? Komm, komm, komm. Und tschüss. Und tschüss. Natürlich werden sie das. Willst du ihn noch küssen, oder so? So, diese Fester, ich passe jetzt wirklich drauf auf. Ähm, wow. Der hat den Fester angabt. Du hast, was hast du gesagt? What should do? Why are you, äh, read, äh, why are you, äh, talk about my family like that, you fat fuck, come on. This is not so good, cousin! You are Nico Bellic. Turn on and walk away, or your cousin is dead. I am not afraid of that. When she comes for me, I shall embrace her. I hope that Roman has the same inner peace. Okay. Let him go! Kada! Bam! Nico motherfucking Bellic! Bitch! Wow! Thank you, cousin! You saved my life! We should get out of here! Wow, Gänsehautfaktor pur. Scheiße. Roman, ne, der geht ganz ruhig. Der, mmh, mmh. Kein Problem, Schatz, die machen wir. Wo war denn Brucie, hm? Deine Geliebte? War ein bisschen beschäftigt mit Autos pimpen, oder was, ey? Der Entrepreneur, der Alte. Ach, ich muss jetzt nicht mehr, naja. Nehmen wir halt nicht das Taxi, alles klar. Nur mal was testen kurz. Steig ins Auto? Nö, wir können jedes Auto nehmen, alles klar. Heißt, ich werde mir gleich ein Taxi gönnen. Du bist in der Töne. Ich gebe dir Geld. Wie bist du in debt? Es gibt ein Geist, Kuzin. Du musst etwas tun, wenn ich viel gewinnen. Komm, meine Cards waren nicht gut. Roman. Der Mann wusste Dmitri. Er versucht, mich zu ihm zu geben. Ich würde nie... Natürlich, du wirst ihn nicht. Dmitri hat sich das zu weit genommen genommen. Er will dich tot. Die Hand ist nicht sicher. Ich werde dieses Platz in Nogongro holen. Sind du okay? Ich bin verwendet, dass er seine Verletzungen nimmt, Nico. Ich habe es fast schon erwartet. Woher ich gehe, da gibt es... Nee, red ruhig weiter. Ich hör zu. Ich muss nur kurz das Auto wechseln. Ich glaub, wir lassen uns mal kutschieren einfach. Ich will einfach mal auf Joliet Street gehen. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Okay, du wirst nichts mehr sagen. Tschüss. Danke. We did it. The Bearlegs. I don't know. We're going to die. I don't want to die, man. Not like this. How would you like to die? Having a threesome on my 100th birthday? I don't fucking know. I'm scared, you cold bastard. What are we going to do? I'm not cold. You're cold. All you care about is Urbany. Getting your own way. And all you care about is money. And gambling it away on the internet. Isn't America great? I get to sit in front of a computer and play Mr. Rich Man and get into debt with crooks. Okay, I messed up. I know I did. I thought things would be different. I don't understand this place so good. Oh man, what are we going to do? Stop sitting in front of the computer gambling our money. Stop getting into illegal card games. Stop spending all our money. Yes. Thank you. And stop thinking about the Russians. Man, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear. Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me debt. Fine. But leave the Russians alone. I was not the one gambling in their private club. I didn't know. Give a guy a break. Okay. 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 I'm going to clean up. I have a nasty feeling I had a bit of an accident back there. And Nico. What? Thanks. Mit sehr viel Liebe in diesem einen Wort. Hätte man das sehr toll machen können, Roman, aber du hast es verkackt, ey. Das Danke kam aus deinem Mund, nicht aus deinem Herzen. Was? Weiß ich nicht. Aber was ich weiß... Ich will Geld. Ich Years. Mani, Woah. Was? Ich wollte doch nur ein bisschen Geld in dieser Welt. voll mit Hass und Schmerz und ähm ich wusste nicht, was ich tue Sie werden begnadet, Mr. Bellic ah, danke Dankeschön It's too nice of you, man too nice You get a cap for me Please Please Nicht